Ab Anfang November wird das kürzlich auf der IFA in Berlin dem internationalen Publikum präsentierte Smartphone-Flaggschiff V30 zu einem UVP von 899 Euro in den Farben Clued Silver und Moroccan Blue im deutschen Handel verfügbar sein. Das mit Spannung erwartete LG V30, das mit einer Vielzahl an Premium-Features ausgestattet ist, überzeugte Fachpresse, als auch Publikum gleichermaßen. Mit der ersten Smartphone-Kamera mit F-1,6 Blendenöffnung, der kristallklaren Linse aus Glas, dem ersten OLED-Full-Vision-Display, dem Cine-Video-Modus zur Erstellung professioneller Videos, Premium-Sund Dank Nifi Quad Dark, Klangoptimierung von B&O Play und Entsperrung per Spracherkennung über die optimierte Ux-Benutzeroberfläche erweitert LG Electronics die bisherige V-Produktreihe. um zusätzliche Innovationen.